Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft, wir spielen immer noch die Seasonal Skies. Seht ihr im Map? So, oha, oha, oha. So, Island Nr. 6. Mensch, das ist ja, geh runter du. So, wir werden hierbleiben. Das ist Nr. 6, hier steht, yep, that's right, here is the time, once, for, time for, I'm, I'm in a bridge area. Okay, will ich jetzt wissen, was das jetzt bedeutet oder will ich das nicht wissen? Okay, wir nehmen den, wir nehmen das, wir packen die Nacht ab. Können die stacken? Nein, die stacken noch nicht. Wie, wie können die nicht stacken? Ich verstehe es nicht. So, dann. Hm. Gut, also. Können wir den daneben? Mehr oder weniger daneben? Super Sache. Hier sieht mein Invent. Naja, gut. Re-ra-rosi. Geht alles in die Hosee. So, dann das, das, kaboom, das, kaboom, kaboom, kaboom. Kaboom, I say. Okay. So. Mensch, das sieht doch schon viel, viel besser aus. So, äh, bevor wir anfangen, Spawnpoints setzen. So, direkt. Hier. Zack, 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 kaboom. So, einmal rumrennen. Okay. Spawns nicht so schnell wie gedacht. Umso besser für mich. Oho. Wow. You douchebags. Sowas. Yeah, I come again. Go, 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 go. Yes. Ihr seid erledigt. Null Chance. Äh. Hatte ich nicht gesagt, Morb Griefing ist... Hm. Moment. Moment. Das können wir, das können wir nicht erlauben. Das geht nicht. Game. Im Ruhe. Mop Griefing. False. Kaboom. Es geht nicht. Wir können, wir können nicht alles kaputt machen hier. So. Müssen wir erst mal ein bisschen hier, ne? Klein wenig wieder unser Leben auffüllen. Ich weiß auch nicht wieso. Habt ihr schon den Like-Button drückt? Abonniert? Kommentar hinterlassen? Ich probiere jeden Tag ein Video. Meistens zwei. Ja. Muss ich mal erwähnen. Die meisten wissen das ja. Aber, ne. Wenn nicht. Jetzt wisst ihr es. Gut. Thank you. My friend. No effects. Und tschüss. Bin ich gerade beim Gucken, Mensch. Movement speed. Eins, drei. Oh. Oh. I like that. Fooked fish. Unbreaking quick charge. Ho 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 ho. Electric creepy match. Okay. So. Yep. Aha. Okay. Dort haben wir das auch geklärt. Okay. Das ist ein F-Slap. Da kann man keine Torches setzen. Dodgy Mac Dodgy. So. Ich wollte kurz gucken. Attack Damage. Hm. Jetzt ist die Frage. Fünf. Es ist jetzt die Frage. Die Frage. Wollen wir mehr Power? Oder wollen wir Torches? Oh. 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 No problemo. Ich geh einfach weiter hoch. No. No. Oh. Okay. Macht also hier Levitation. In the nation. Mhm. Nicht cool. Hey. Zieh durch. Pull. Null. Hm. Bleib doch mal stehen. So. Genau. Komm mal das Ganze. Kann ja auch nicht angehen hier. Sag mal. Wie viele. Arrows. Hm. Alle. Okay. It's time. For some revenge. Ready. Steady. Go. Sehr schön. Äh. Was zum Henker war das? Ist wohl grad wieder hochgekommen? Gar nicht. Unglaublich. Sehr schön. Ich glaub wir werden jetzt mal den, den Teil hier unten klären. Oh yeah. Hohohohoho. Okay. Electric Creeper Match. Alter. War ja wohl. Das ist ja wohl over the top hier. So schnell kann doch keiner irgendwie was tun. Wow. Wow. Boah. Da fällt mir schon gar nicht mehr viel dazu ein. Okay. Okay. Ich seh ich schon. Creep ahead. Das ist aber nett. Äh. Ist gut. Borges. Nimm mir mit. Regen. Cooked fish. Eww. Das hat's jetzt getan. Äh. Hardcore. Okay. Chainmail. Hält noch. Moment. Ist die Frage. Sollten wir versuchen gleich hinauf zu kommen? Warum? Warum ist der? Warum ist der? Oh blind. So. Da lang gehe. Warte. Gehen wir da lang. Forget that noise. So. Run. Einer reicht. Ähm. Ja. Weißt du was? Ich warte einfach hier. Ihr wolltet. Unbedingt. Hm? Diese dämlichen, dämlichen Viecher. Sowas. Unfassbar. Eines Tages. Ihr werdet das bereuen. So wir müssen mal hier ein bisschen was verändern. Also. Das denn benutze ich sowieso nicht. Das auch nicht. Das kann auch weg. Äh. Rohrkort, will sowieso keiner essen. Weg damit. Damit weg. Cutlass. Das äh. zu... Ja, die da, die da. Wunderbar. Aha. Ich wollte diese Sachen nicht haben. Kann nicht so schwer sein. Nein, nein. Wir sparen uns... Wir sparen uns das. Wait a second. Da ist was drunter. Das ist okay. Das ist auch okay. Instant Health. Efficiency? Oh. Oh. Watchen. Watchen much? Unfortunately. So. Up we go. Was kann im schlimmsten Fall schon passieren. Wir sterben. Run! Oh. Okay. So, wir wollten unsere Rüstung anlegen. Das hätte bestimmt viel geholfen, wenn ich das vorher gewusst hätte. dass ich gleich wieder in die Luft gesprengt werde. So. Das ist also das, was oben so leuchtet. Electric Creeper. Upp. Ich fühle mich schneller. Wieso fühle ich mich so schnell? Äh. Okay. Minus Arme, aber mehr Speed. Attack Speed. Oh. Attack. Speed Damage. Okay. Nix. Movement Speed. Warte mal. So. Und... Wow. Hohohoho. Die richtigen Sachen zusammen macht das echt wirklich richtig fix. Wow. Pretty much. Okay. Dann nehmen wir mit. Edge. Movement Speed. Cooked Fisch. Okay. 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 Kein Thema. Das war alles eingeplant. So. Wir haben. So. Rutzi. Fuzzi. Rutzi. Fuzzi. Jawohl. Wir sind gleich wieder. Äh. Da. Äh. Ups. ein bisschen fix unterwegs ist manchmal gar nicht so einfach. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen mal eine Ehrenrunde. Drehen einfach mal hier überall lang mit ein paar Deutsches in der Hand. Macht das Ganze doch noch viel mehr Sinn. Okay. Atch. Was die? Die. Die hätte ich gebrauchen können. Die Hosen. So. See you later. Nightingale. Gut. 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 Run. Boink. 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 Jawohl. Okay. Das nehmen wir, das nehmen wir. Davon nehmen wir. Holy moly. Äh, ja. Lasst uns mal gucken. Und das. Und das da rein. Wo soll das sein? Und das alles da raus. Und entsorgen das. Das alles weg. Weg damit. 6 und 8. Raking. Oh. Äh, nein. Den brauche ich. Das kann weg. Warum, warum machst du das? Hä? Du solltest hier rein. Oh, wie der. Also, Fortune hier weg. Bessere Fortune. Dazu. Hm? Kann auch weg. Dirt don't hurt. Sehr schön. Und los geht er. Solange die Hosen halten, halten die Hosen. Wenn nicht, auch egal. Wunderbar. Jetzt ist... Jetzt ist nur wichtig, dass wir möglichst die ganze Sache hier beleuchten. Damit wir wissen, wohin wir müssen. Denn ohne das ist alles verloren. Denn, sonst rennen wir immer nur im Kreis und wissen nicht, wo wir waren, wo wir hinmüssen und so weiter und so fort. Ich würde ja eigentlich direkt hochpillern, wenn ich so viele Blöcke hätte, die ich nicht habe. Spielt keine Rolle, denn machen wir sowieso nicht. Da ist die Treppe zerstört und die Latte zerstört bis da oben. Aha. Gefunden. Noch keinen weiteren Schädel von so einem Player gefunden. Natürlich unpraktisch. Oh, okay. Fangen wir da an. Electric. Electric Creeper. Sehr schön. Das ist der gefährlichste von allen. Oh je. Electric. Electric. Are you kidding me? Nicht. Okay. Das brauchen wir. Royalty. Okay. So, ab dafür. Okay. Das ist auch interessant. Run! Schöne Sache! Gut. Also, wir haben... Attack Damage. Damage much? Okay. Das ist dasselbe wie der. Wir haben Loyalty. Loyalty. Ich würde mal sagen, ich putze mir hier den Bauch voll. Und in der nächsten Folge versuchen wir, von der Tausend höher zu kommen. Ich bin sowas von... Felix und alle. Also, wenn es euch gefallen hat, like, button, drücken, abonnieren, kommt da runter, lassen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann! Und wir sehen uns mal auf. Bis zum nächsten Mal.